Verstehen, Anwenden, Erleben. Das Schulprojekt Lebensadern bietet spannende Einblicke in die Themen Energie, Mobilität, Telekommunikation und Trinkwasser. Es ist ganz verblüffend, wie gut informiert junge Leute oft schon sind zum Thema Nachhaltigkeit. Es ist aber interessant, wie unterschiedlich die Bilder sind, die sie mit dem Wort Nachhaltigkeit verbinden. Darum ist jeder Workshop eine Überraschung für mich und auch für die Schüler, was genau kommt, was wir genau bearbeiten. Und das ist das Besondere an den Lebensadern. Wir haben keinen starren Katalog, den wir immer machen, sondern wir haben Themen, die wir dann abgestimmt mit dem Lehrer, der Lehrerin und den Schülern einfach auswählen und bearbeiten. Wichtig ist, dass man die Schüler einfach dort abhält, wo sie aktuell stehen, mit ihren Einschätzungen und ihren Meinungen und etwas Bewusstsein schafft für die Notwendigkeiten, die wir eben nennen Energiewende. Aber was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit? Ein breit gefächertes Gebiet mit vielen verschiedenen Definitionen. Für mich heißt Nachhaltigkeit, dass man sich um die Umwelt und um die Zukunft kümmert. Dabei sollte man darauf achten, dass man die Ressourcen schonend verwendet. Man sollte auf erneuerbare Energien setzen und halt so umweltfreundliche Entscheidungen treffen wie möglich. Also für mich heißt Nachhaltigkeit, auch auf das Auto zu verzichten. Und deshalb würde ich den öffentlichen Verkehr vor allem in den ländlichen Gebieten besser ausbauen. Theoretische Inputs und spielerische Wissensvermittlung mit digitaler App nach dem Escape Room Prinzip. Für die Jugendlichen ist es eine sehr praxisnahe und lehrreiche Abwechslung zum normalen Lehrplan. Wir haben früher einen Vortrag gehabt zum Thema Energie und das hat zum Beispiel die erneuerbaren Energien zwar sehr viele Vorteile haben, aber auch Nachteile. Und ja, der Vortrag, der war wirklich sehr spannend. Und jetzt haben wir dann so ein Art Spiel gehabt, ein Escape Room. Und da haben wir ein Rätsel lösen müssen und das war wirklich sehr spannend und es war ganz lustig. Die HLW Elisabethinum hat sich für die Themen Energie und Mobilität entschieden. Dieses Angebot vermittelt natürlich nicht nur Basiswissen, sondern intensiviert natürlich das im Unterricht vermittelte Wissen und somit sind diese Themen natürlich erfahrbarer, erlebbarer und können mehr in den Alltag der Schülerinnen und Schüler integriert werden. Was für den Klimawandel natürlich besonders wertvoll ist. Volksfaktoren sind, wenn die Schüler und Schülerinnen nach dem Workshop sagen, klasse, das war super, toll, da habe ich was gehört, was ich vorher noch nicht so gewusst habe oder ich habe Meinungen, die ich vorher gehabt habe, bestätigt gekriegt oder verändert, weil im Workshop Dinge bearbeitet sind. Und das Schöne ist, in dem Workshop ist das immer wieder der Fall, dass ich was gelernt habe und die Schüler was Neues erfahren haben und so soll es sein. Weitere Infos zum Projekt Lebensadern finden Sie unter www.salzburg-ag.at slash Energieberatung